Hallo und herzlich Willkommen zu Call of Duty. Wollte ich jetzt wirklich Call of Duty sagen? Wow. Wow. Ich hasse mich gerade selber dafür. Zu Battlefield 5 Multiplayer. Ich habe eigentlich schon ein, zwei Aufnahmen gehabt. Das Problem ist bloß einfach. Ich war so scheiße. Das konnte ich niemanden antun. Das konnte ich niemanden antun. Gute Arbeit. Wir haben uns Zielbertha gewohnt. Die Schütte zurück. Und deswegen habe ich erstmal ein bisschen... Achtung. Ziel Doverver. Wir haben Zielbertha verloren. Oh. 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 Scheiße. Scheiße. Helft mir. Hey du Hölz. Verstärkung ist unser Weg. Übernimmt die Kontrolle über die Ziele des... Ah, jetzt stirbt der weg. Gute Arbeit. Wir haben Ziel Cäsar erobert. Ja, das war es mir wert Ich war so beschissen, das konnte ich euch nicht antun, dass ihr das anschaut Und dann habe ich erst mal ein bisschen ausprobiert, ein bisschen rumprobiert Und jetzt gerade habe ich schon eine Aufnahme wieder gestartet gehabt Und ernsthaft, das konnte, das Ich denke mal die ganze Zeit, warum verlieren wir, das kann doch nicht sein Ja Kann schon sein Weil es 8 Leute gegen 15 waren Da war doch ein Gegner Achtung, wir haben Ziel, Cäsar verloren Okay Wir haben Ziel, Emil, Erobert, Soldat Halt durch, wir sind stärker und hau Kommen schon wieder Gegner? Ne, unsere ballern rum Achtung, wir haben nur eben Ziel, Erobert, Erobert Okay, okay, okay Alter, oben im Gebäude hocken sie Meine ganzen Leute sind schon wieder tot Ihr wollt mich doch verarschen Wo sind die Panzer? Wir haben doch normalerweise Panzer in dem Gebiet Los geht's Los geht's Der ist schon mal aufgeräumt Wahrscheinlich sterbe ich gleich mit ein paar Garaketenschüssen, aber Kommt der Dürer? Alter Alter Ach, das ist doch scheiße, dass alle bloß Panzerfäuste dabei haben Ja, ist nicht so gut gelaufen Das letzte Mal ging das besser Aber wenn natürlich eine ganze Truppe hier rumrennt Warum dauert es jetzt 10 Sekunden, Alter? Ja, das war dumm Das mit dem Panzer war einfach dumm Aber dass der nicht runter schwenken konnte Ich hab mich So scheiße Ah Wie, 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 wie Hä? Wie schnell war ich im Tod? Wir brauchen Sanitäter! War ein Headshot, ne? Oder der Kill, der Server hat wieder gesponnen Und ich bin zigmal getroffen worden, obwohl ich mit einem Schuss sterbe Ach ja Gute Arbeit, Ziel Anton eingenommen Olli, deropländer, wie, wie sie F Glenn sind Husten Achtung, werfe Granate Achtung, werfe Granate Achtung! Achtung, werfe Granate Achtung! Max, hoch væ privileges Achtung! Achtung! H cruel, ach outunky! Achtung, werfe Granate! Okay, 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 kommt nur mir einer. Alter, ihr hört so viele Geräusche. Lauf noch! Shit. Wir haben Zielbärter unter Kontrolle gebracht. Wir haben Ziel Emil, Herr Uwe. Ach, jetzt kommt natürlich hinter mir einer. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, das ist wohl alle kreuz und quer durch die Gegend drinnen. Ja, ich kann nicht. Der Typ ist hinter dir und hat wahrscheinlich eine Panzerfaust dabei. Wir haben Ziel Zora eingesetzt. Okay, okay. Ich sehe trotzdem nicht. Das kann auch ein Schütz hier oben rein. Also kommt mir, Alter. Ich gebe wieder einen Arsch rein. Gut, der Schütz hier oben ist meistens Kanonenfutter. Also. Okay. Wir sollten rechts und links rum. Okay, jetzt sehe ich nichts mehr. Äh. Bitte weiterfahren. Wir haben Ziel Zora verloren, Soldaten. Der Heft ist geschafft. Wir müssen mehr Druck machen. Ja, das sind eh schon abgelusen. Wenn du rumschmeckst, kann ich dir nicht angreifen. Oh, cool. Weißt du, dass du hier gefüttenes Fressen bist und hier irgendwelche Leute schießen? Alter, was machst du? Wir müssen noch im Träumen fallen, wie du mich fährst. Wir müssen hören. Sehr gut, sehr gut. Oh, hier geht's rund, Mann. Hier geht's rund. Rechts schwenken. Rechts. Da ist einer, der uns gerade angegriffen hat. Ja, klar, als ob so eine Flammengranate was bringt. Okay, gegen andere schon. Es ist gut, dass ich ihn nicht sehe. Ich könnte natürlich nach oben gehen, aber ich bin noch nicht bescheuert. Nein, nicht rumschwenken. Nein, komm, Gegner. Nein, komm, Gegner. Die sind bei uns im Bracken. Das war ein Flackpanzer von den Gegnern. Das war ein Flackpanzer von den Gegnern. Ja, ein so ein Panzer fühle ich mich wohl. Alarm, wir laufen gefahren, sie ihr Cäsar zu verlieren. Oh, wow. Okay, okay. Okay, wir holen uns A-So. Oh, wir sind irgendwie schon. Sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt die Kontrolle über jeden Anruf. Ah, fuck. Ich bin getroffen. Hilfe. Deswegen war der so kacke mit dem Panzer. Das war einer, der nur nach vorne schießen kann. Ah, scheiße. Raus hier, raus hier, raus hier schnell. Ich will wieder rein. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Ja. Super, ja. Ich schrieg mir nicht zu. Wir haben Ziel Anton verloren. Wir haben Ziel Anton verloren. Wir haben Ziel Anton verloren. Ja, aber grad sind wir präsenter wie der Gegner. Okay, es gibt keine Gegner mehr. Das war gute Arbeit. Wir haben Ziel Anton eroberst. Ich baue ihn mal auf. Ich baue ihn mal auf. Irgendwas brennt hier. Schießen die? Ach komm schon. Leute, passt hier denn nicht auf? Ich sterbe. Ich brauche Hilfe. Wenn wir nichts unternehmen, verlieren wir Ziel Anton. Ich bin schon dabei. Ja, bin schon dabei. Da ist wieder ein Panzer unterwegs. Äh, ich glaube mein Panzer hat einen Grafik-Bug. Geht so. Wir haben Ziel Emil verloren, Soldaten. Ich glaube da fahr ich jetzt einfach mal hoch. Ich bin doch noch an. Okay, das ist so. Ich hab' auch keine Hoffnung. Wir haben noch mehr. Wir sind in der Fallung, oder? Wir sind da? Wir sind in der Fallung. Ich bin anche in der Fallung der Lupe? Ich bin da. 57-Eautos. Wir haben unsere Feuerwehr? Gut gemacht, Soldat! Und weiter geht's. C könnten wir uns holen. Oh man. Ne, da geht's nicht rein. Ich muss komplett auf die andere Seite. Okay. Na warte, na warte He, kom doch, kom doch Okay, 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 okay Als ob ich jetzt aussteige, Alter Ich kann dich leider nicht wiederbelegen Ja Es waren aber auch einfach zu wenig Leute da Einer ist schon mit dem Panzer los Ah, scheiße Was macht denn ihr hier? Valentine, MK2 Gut gekämpft, Ziel Anton erobert Wir haben die Kontrolle über Ziel Bertha verloren Was hat denn der dabei? Okay, okay, D haben wir Ich weiß nicht, bringt C mehr Punkte Aber C ist halt auch umkämpft da gleichzeitig Äh, fuck Fuck Kleiner, wix Lass mich durch Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Wenn ich den Ich bin verletzt. Hilft mir jemand? Knallt die weg? Ah super, jetzt ist er tot. Oh, nein. Ah scheiße. Komm schon, komm schon, steh auf, steh auf, komm du, komm, komm, aber bevor ich wieder weggeschossen bin. Danke doch, du gute Arbeit, wir haben vier Säser übernommen. Oh, Alter. Grundgütiger. Aber knallt den weg, bevor der mich wiederbelebt. Ja, okay, oder ihr lasst mich einfach sterben. Oh nein, er darf nicht sterben. Ah fuck, warum tauchen die immer sonst so spät auf? Ohohohoho. Alter, ja, aber wir schaffen wirklich noch einiges. Oder haben noch einiges geschafft. Nein, das war meiner. Verdammt. Gut eins und null. Egal. Egal. Jetzt schauen wir noch kurz. Aber wir haben sie von 200 Unterschied auf 91 runtergebracht. Oh, aber das war es dann erstmal wieder für mich für heute Abend. Weil eigentlich wollte ich noch ein paar Folgen mehr aufnehmen, aber... Nja. Wie da ist so ist, will man ein Spiel eine Stunde spielen und plötzlich... Weiter... Spielt man drei. Hey! Bei einem Punktbestand wissen. Hallo? Na gut. Egal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Battlefield 5. Sehe ich jetzt noch meinen Punktbestand? Ne, da bin ich jetzt direkt ins nächste Level, ne? Egal. Also nochmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und Servus. Auf Wiedersehen. Back's 컨